Servus Leute, mein Name ist Fesh und ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, aber heute gibt es mal eine klitzekleine Neuigkeit und zwar ich bin am PUBG spielen und hier gibt es lauter lustige Sachen und ja, ihr seht das gerade schon. Ich war mit meinem Team unterwegs und dann gab es sowas. Wir gucken uns mal von seiner Seite aus an. Also da kommt er hier angefahren, bleibt hier hinterm Stein gleich stehen und halt sie erstmal hoch, ist klar. Und dann guckt er hier auf uns. Er hat uns natürlich gesehen, das bis jetzt ist noch nichts. Irgendwie suspicious, aber jetzt. So und dazu hätte ich gerne mal euren Kommentar. Sagt mir, was ihr davon haltet und vielleicht sehen wir uns dann demnächst nochmal wieder. Bis dann, ciao, euer Fesh. Bis dann, ciao, euer Fesh.